Musik Alle Freunde der Demokratie freuen sich, dass der Bahnhof Stuttgart 21 gebaut wird, denn das Volk hat zu uns schieben. Es ist aber auch zugleich nicht schön, dass die Minderheit, die das nicht will, keinen Minderheitenschutz genießt. Man hätte es ihnen einfach nicht sagen sollen, aber so müssen sie sich ja ausgegrenzt und diskriminiert fühlen. Wenigstens können sie jetzt weiter demonstrieren. Die Bahn sollte Verständnis zeigen und einen extra Bahnsteig bauen für die Demonstranten oder wo sich die Castor-Gegner anketten können. Morgen geht's weiter.